Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, die letzte Folge war ja mega gut, was Geschichte angeht, storymäßig gut vorangekommen. Heute sind wir mal wieder in der Wildnis unterwegs mit dem Hexer und machen eine weitere Nebenquest. Die Hauptquest wird erstmal wieder pausiert, denn die Hauptquest ist nämlich jetzt schon wieder hier für Level 47, die Burgeroberung in Duntin, wo wir hin sollen, ist Level 47 und ich habe noch etwas, was drunter liegt, und zwar das hier, einvernehmlich in Boclet, untersuche das Lager mit Hilfe deiner Hexersinne, ich bin hier schon am Lager hingereist, das hatte ich noch im Inventar, die Nebenquest, und die ist für 46, deswegen mache ich die zuerst und vielleicht mache ich danach auch noch hier den Hexerauftrag. Es war 48, aber das ist ja das Tofu-Monster, das können wir vielleicht auch nochmal vorher machen. Schatzsucher habe ich nicht mehr und deswegen bin ich jetzt erstmal hier. So, Level up hatten wir in der letzten Folge, das heißt, ich kann jetzt das Stahlschwert tragen, was ich gerne haben wollte, habe ich auch schon angelegt. Das Bärenschild habe ich hier erstmal beiseite gelegt, hier ist es, verkaufen werde ich das nicht, das werde ich auch auf den Waffenständer packen. Die Angriffskraftsteine wären natürlich super, wenn ich die jetzt noch rausnehmen könnte, geht aber leider nicht, ohne das Schwert zu zerstören. Und ich habe keine guten Steine mehr, um jetzt das Schwert zu sockeln, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht auch eine Verzauberung noch vom Runenmeister nehme oder so. Ich habe es jetzt hier auf jeden Fall dabei. Das Toussaint-Ritter-Stahlschwert mit 300 Rüstungsdurchbohren, nochmal 30% Quennzeichen-Intensität, 100% kritischer Treffer-Bonus und 20% Krit-Chance und nochmal 15% Chance auf Verbrennen. Das mit den Verbrennen ist natürlich auch nicht schlecht, könnte man sonst hier Steine reinmachen, die Verbrennen noch weiter steigern, dann hätte ich Blutung durch meine Leichenschläge plus dann auch noch das Verbrennen, was ja auch nicht so schlecht wäre. Also bis ich da nichts Besseres habe, könnte man da die Verbrennungssteine reinbauen. Einfach mal gucken, wie das dann ist. Weil hier 15%, dann hauen wir hier nochmal rein, dann sind es schon mal 20, zwei davon sind 25. 25% Chance auf Verbrennen ist schon übelst. Na komm, ich mache das mal, komm. Machen wir da rein. Stahlschwert. So, das hier ist Rüstungsdurchbohrung. Habe ich noch mehr Verbrennen? 2% Verbrennen. Ich habe hier nochmal 3%, immerhin, machen wir da auch nochmal da rein. So, habe ich hier also Chance auf Verbrennen, hier ordentlich hoch. 28% Chance auf Verbrennen. Klingt super. Verbrennen ohne Igni-Zeichen nutzen zu müssen. Okay, so. Dann schaue ich mal auf auf die Stats hier. Seht man das Stahlschwert hier. Ist jetzt auch vom Schaden her gut an das Silberschwert rangekommen. Silberschwert erweilt immer noch übertrieben gut. Aber hier habe ich jetzt einfach mal 35% Chance auf kritische Treffer mit leichten Schlägen. Und dann auch noch 100% mehr kritischen Treffer Schaden. Mit schnellen Angriffen 2600 einfach mal. Und die Zeichenkraft ist 35. 506 Quenntzeichen nochmal, die 30%. Gefällt mir. Dann hatte ich ja nochmal Level Up. Wie viel Skill? Ich habe irgendwie, glaube ich, 4 Skillpunkte zur Verfügung. Aber brauche ich nicht 5, um hier weiterzukommen? Ja, da fehlt noch eins. Da fehlt noch eins. Dann würde ich nämlich hier, auch hier noch weitere Slots bekommen. Dann muss ich die 4 Punkte nochmal aufbewahren. Ja, gut. Jetzt geht es erstmal los hier. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Witcher-Folge. Moin, moin. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten geilen Story-Folge hier. Das ist das geile Ritterschwert jetzt. Es sieht schon mächtig aus, oder? Auch wie breit das ist von der... Ja, von dem Griffteil her und sowas. Okay, hier sind wir im Lager. Was ist denn hier passiert? Einvernehmlich in Bukle. Ist, glaube ich, wieder so ein Monsterauftrag gewesen, den ich da gefunden hatte. Was haben wir denn hier? Ah. Vorsicht! Großer weißer Schrecken. Gefahrenzone nicht weitergehen. Geht es hier um eine Bestie? Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauen spuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Okay. Ja, das Bild... Ein Basilisk vielleicht. Ein Basilisk. Sind diese Spuren irgendwie anders. Irgendwie anders. Was passiert denn jetzt? Die Spuren sind irgendwie anders. Doch nicht von Basilisken. Vielleicht inszeniert. Wer ist das denn? Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Was? Ja? Ich kam so schnell, ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Irgendwie kommt mir der Typ komisch vor. Die Zettel hat er aufgehangen. Aber irgendwie hält sich niemand daran, dass es hier in der Gefahrenzone ist. Wer bist du denn überhaupt? Erstmal erzähl mal. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Boris, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie, die Salvares signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Okay. Das klingt sehr, sehr, sehr absurd. Ein bisschen. Aber wer weiß, was hier alles möglich ist in der Welt. Okay. Du behauptest also, dies wäre der letzte Basilisk seiner Art? Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basilisken-Populationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei, aber der Gefährte von Jokaste ist leider verschieden. Jokaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jokaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als sie Gefährte starb. Okay. Eine sehr, sehr abenteuerliche Geschichte, ey. Du bezahlst die Familie der Opfer? Weil die hier durchgeritten sind und von den Basilisken getötet worden sind? Hm. Okay. Er tut das wirklich so als Unfall abstempeln, ne? Ja, kann passieren. Die sind hier halt durchgeritten. Ist Pech gehabt, aber ich zahle euch das. Hm. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hm. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Könnte ganz schön teuer werden, wenn hier ständig noch weitere Leute durchkommen mit irgendwelchen Transporten und Wagen und sowas. Okay, wo finde ich denn den Basilisken? Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Na, dieser Gesichtsausdruck von ihm. Gut. Bring mehr über das zweite Opfer in Erfahrung. Suchen wir mal. Die muss ja bestimmt irgendwo rumliegen. Da haben wir nichts. Das letzte Exemplar seiner Art ist natürlich ätzend. Wenn man die dann ausrottet. Aber wenn hier jeder zerfleischt wird, der hier durchkommt, ist es natürlich auch voll gefährlich, den leben zu lassen. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht besser schützen können oder woanders hinbringen können. So umsiedeln. Wo er vielleicht ja nicht so sehr nah an Menschen dran ist. Also weg hier von diesem Anwesen. Hier haben wir noch was. Basilisken-Schuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Yucasta hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht tüten. Sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Dass wir da sonst... Seltsam. Diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja. Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Silberbasilisken mit viel Giftschaden. Seltsam. Diese Brandspuren. War das das Monstergift? Ja. Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Mhm. Ich will oben noch zur Kiste. So, die beiden Spuren waren also gleich, was das Gift anbedankt, das wir wirklich haben. Ah, naja. Kann ich verkaufen. Nur ein Item drin. Nehmen wir das noch mit. Was ist hier drin im großen Krug? Geld! Aha. Meine Nase hat mich nicht enttäuscht. Ah, guck mal. Das ist hier ein Rüstungswerkbank. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Tannin? Zum Ledergärten. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Ok. Oko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Aha. Zerstörte Fässer mit Speicheldraken. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jokaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen. Ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Die Ware wurde doch nicht parfümiert. Hier war halt Mittel drin, um Leder zu gerben. Das wurde transportiert. Das hat sie angelockt. Den Duft haben sie ja nicht absichtlich da reingemacht. Das ist halt so, das Mittel. Das riecht halt so. Folge den Basilisken mithilfe deiner engster Sinne. Also, wo haben wir jetzt hier die Spur? Duftspur sehe ich hier noch keine. Hm. Wo geht er denn jetzt hin? Ich glaube, ihm mal nach. Der kennt sich hier aber auch ganz gut aus. Warum sehe ich die Duftspur nicht? Normalerweise sieht Geralt auch. Ah, ja, da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Aufgetaucht. Ich verstehe auch natürlich, dass es das letzte Wesen seiner Art ist. Was natürlich auch ärgerlich ist. Aber, dass die Menschen dann hier so bedroht werden. Okay, er hat das zweite Opfer also mitgenommen. In den Klauen unten wahrscheinlich. Die tropft noch. Ist noch frisch. Da haben wir eine Monsterhöhle. Da haben wir den Geruch wieder. War ich da noch nicht drin? Da ist noch ein Monstersymbol angezeigt hier. Müsste ich noch mal leer machen, die Höhle. Die Spur führte aber nicht da rein. Ah, hier. Er wurde fallen gelassen. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Ja. Warum. Auftrag der Böttcherzunft. Okay. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tannenfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Salvares führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst der Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Die wussten also wegen, die wussten, dass das Risiko, dass das Risiko besteht, hier angegriffen zu werden. Und haben sich das einfach in Kauf genommen, weil, weil sie gesagt haben, ey, der zahlt sowieso alles. Ja, dann haben sie ja selber Schuld an sich. Dann hat, kann man ja auch mit der Bestie nichts machen. Wenn die wissen, dass der große weiße Schrecken hier haust, ändern aber nicht die Route. Dann sind sie doch ziemlich dämlich. Dann sind sie wirklich ziemlich dämlich. Wenn, wenn also sicher, also wenn man also auch eine andere Route nehmen könnte, dann kann der Basilisk ja hier weiterleben. Die sollen sich nur halt mal dran halten, hier nicht mehr durchzufahren, die Idioten. Wer redet da eigentlich? Wie geht's jetzt hier gerade nicht weiter? Ich höre auf jeden Fall die Stimmen da vorne. Hier ist die Spur. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Nee. Menschliche Stimmen? Sind die besoffen? Oder wie reden die? Okay. Das sind doch so eine Gangster. Die jagen sie, oder? So wie sie sich das anhört. Das sind wildere. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? So was. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Ja, so sieht auch aus. Wohl nicht zufällig die aus Zinnfried, was? Doch. Woher weißt du das? Und noch einmal. Wer zum Henker bist du? Nicht Henker. Hexer. Okay. Geht euch nichts an. Geralt von Riva. Wir haben gemeinsame Bekannte. Schon mal Eindruck schinden. Geralt von Riva. Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Boholt. Hexler. Und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah. Dieser Hexer bist du. Ja. Boholt hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jokasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt. Aber lasst Jokasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens fünf Exemplare dezimiert. Menschliche Unterart? Das Monster muss sterben? Nee, wir sollten den Basilisken nicht töten. Er kann da nichts für, dass die Leute hier durchreisen wie die Bekloppten. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber, aber, hattest du nicht was von Geld gesagt? Kopfgeld. Achso. Und ein Mann, ein Wort. Ich dachte, das Kopfgeld auf Geralt. Dein Anteil, Hexer. Die sind doch höflich. Das war ja einfach. Alles gut, Hexer. Seltsam mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jokaste verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudegen meine Jokaste gewiss erschlagen. Ja, und die Haudegen kannte ich sogar. Also nicht die jetzt, sondern die angesprochen wurden. Also Neuntöter und Hexler. Die habe ich ja in The Witcher 2 auf jeden Fall auch schon treffen dürfen. Gleich am Anfang auch. Okay, also ich habe das Geld bekommen. Ich brauche nicht mehr Geld. Doch, ich brauche mehr Geld. So, er könnte natürlich auch dafür sorgen, dass dieses ganze Grundstück hier sicherer wird. Entweder er stellt irgendwo noch ein paar mehr Zäune auf oder so, sodass die Händler hier nicht immer durchreisen. Irgendwelche Posten. Oder er macht es total öffentlich und stellt Schilder auf. Ey, wenn ihr jetzt hier durchreitet, dann zahle ich euch nicht mehr eure Schäden. Dann seid ihr selbst schuld. Ja, ich habe hier die Warnungen aufgestellt. Der Basilisk gehört uns. Das ist ja quasi, sollte man den unter Naturschutz stellen. Wenn er der letzte seiner Art ist und hier frei in so einem kleineren Bereich leben kann, dann stört er ja niemanden. Noch mehr Geld. Danke, danke. Nochmal Erfahrungspunkt. Da auch noch. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken. Keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Yucaste bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Das will ich auch nicht hoffen, dass da irgendwas Heftiges bei rauskommt. Irgendein, keine Ahnung, unaufhaltsames Biest. So, ich gucke nochmal schnell zu dieser Höhle, die da vorne war. Hier, da ist mir noch ein Totenkopf dran. Das heißt, die wurde nicht richtig gesäubert. Könnte man vielleicht nochmal das eine oder andere Monster umhauen? Oder es ist vielleicht auch etwas da drin, wo ich mein Silberschwert mal ausprobieren könnte. Hier geben wir noch die Leiche, müsste man jemanden aufräumen. So, interessante Quest. Es kam nicht zum Kampf, aber so ist, glaube ich, besser. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier für eine Höhle? Irgendwo muss hier etwas sein, was ich noch nicht geplündert habe. Schön hier. Kann man hier noch vielleicht irgendwo anders hinschirmen? Ich glaube, ich war hier schon mal drin. Aber sie wurde noch nicht gereinigt. Da ist Blut an der Wand. Hier haben wir Blutflecken. Oh, guck mal, da oben ist auch etwas. Jetzt bin ich natürlich hier unten und müsste da hoch. Da ist was Rotes zum Untersuchen. Das ist ein Körper. Von hier aus geht es nicht, ne? Ne, ich muss da rauf. Hier kann ich doch klettern. Jawohl. Ach, okay. Ein Liebesbrief unterzeichnet von Bella de Gunnes. Oh, da ist aber ordentlich was dabei. Cool. Das kannst du behalten. Mein liebster Freund, Gustav, ich möchte dir für unser letztes Stell-Dich-Ein tausendmal danken. Beim Gedanken an das Nächste schwimmt mir vor Glück der Kopf. Ist es seltsam, dass sich zwei Fremde so schnell so nahe kommen können? Wo die Liebe hinfällt, ne? Ewig dein Bella. Dein Bella de Gunnes. Na ja. Also Gustav und Bella. Ich glaube, jetzt müsste das Zeichen weg sein, oder? Ja, die ganze Hülle, der Eingang ist sogar verschwunden. Okay. Dann war da nichts mehr. Können wir hier wieder rausgehen. Den hatte ich noch nicht gelootet. Deswegen war dieses Zeichen noch da. Nebelgruben bin ich hier. Okay, dann können wir in der nächsten Folge dann schon wieder die nächste Quest angehen. Hier ist jetzt alles erstmal safe in dem Bereich. Fragezeichen sind ja sowieso nicht mehr da. Hauptgeschichte ist da unten am Hafen. Aber ich glaube, ich werde das Tofu-Monster noch in Anschlag nehmen. So, die Burgeroberung. Hauptquest. Nebenquest ist jetzt hier nur noch erstmal das Gewinnspiel. Das habe ich ja eh nichts vorzumachen. Hier, Auftrag das Monster von Tofu. Nicht Tofu. Tofu klingt aber lustiger. Das war ja auch nicht ganz hier in der Nähe. Da unten, wo ich ja schon mal hingeritten bin und dann wieder abgehauen bin. Da werde ich mal hingehen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Monsterjagd vom Tofu-Monster. Ich hoffe, euch hat es heute trotzdem ein wenig gefallen. Diese Quest hier mit den Basilisken kam nicht zum Kampf. Aber man muss ja nicht immer alles töten. Gerade auch nicht, wenn man damit eine ganze Spezies ausrottet. Muss man ja auch nicht so verantwortlich sein, wenn man das auch anders lösen kann. Wenn man einfach den ganzen Bereich hier sicherer macht. Und dafür sorgt, dass die dummen Händler hier nicht wieder durchfahren. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Danke für den Daumen nach oben. Und dann bis zur nächsten Folge von Blood & Wine. Macht's gut. Ciao. Ciao.